Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Ich hab'n Bruder. Ja. Ich bin die Schwester von meinem Bruder. Er heißt Kevin. Ja. Okay. Kevin. Okay, wir können ja Fremde bleiben. Ah, das ist kein Song. Aber der Song hat das. Das Ding ist schwachsinnig. Ich mag es nicht zu wichsen. Du, was? Na ja, nur weil ich ein Mann bin, muss ich nicht wichsen. Keine Ahnung, ich... Keine Ahnung, ich... Du bist irgendwie ein bisschen niedlich. Guten Tag, mein Name ist Black. Und wie heißen Sie, meine Schnecke? Igloo? Okay, also ich geh jetzt joggen mit dem Pelikan. Warte, was? Ah. Du hast ge... Ah. Also ich find... Alter, du... Ah. Holy shit. Da ist ein Pinguin, Pinguin. Scheiße, Mann. Ich mach mir jetzt ein leckeres Getränk, aber ich trink's nicht. Ja, ich trink's nicht, ich leg's einfach weg. Und keiner wird es finden. Es bleibt ein Secret. Weggeschlossen wie mein Frisbee. Ich werd jetzt was singen. Ich sprech kein Französisch. Hey, na Quatsch, ich brauch noch Haspray! Ich kann nicht fahren, wenn ich Hunger hab. Willst du Picha? Kevin. Ich hab immer ein Bild von meiner Ex im Portemonnaie. Wegen der Erinnerung, warum kein Geld drin ist. Du warst doch mal reich! Ja, die Zeiten sind vorbei, denn um reich zu sein, braucht man Geld. Und ne gute Versicherung ist wichtig. Sie fragen sich vielleicht, welche Versicherung braucht ein Mann wie ich? Welche Versicherung braucht ne Frau wie ich? Clark zeigt es dir mit dem kostenlosen Bedarfscheck. Hier findest du raus, was du alles brauchst. Das heißt, dann die App fragt dich ein paar Fragen und danach weißt du, welche Versicherung du brauchst und welche am günstigsten ist. Oder auch bei deinen Bestehenden kann dir Clark sagen, ey, die ist billiger, hier hast du mehr Service, hier wird individuell auf dich eingegangen. Außerdem gibt's einen kostenlosen Chat, in dem dich mega geile und sexy Experten beraten. Also, wenn sie Bock haben, dann laden sie sich die kostenlose Clark-Cab runter und mit ein paar Steps und dem Code DAVIS45 gibt's einen kostenlosen Amazon-Gutschein im Wert von 45 Euro dazu. Ja, und sonst? Alles klar? Joa, bei mir auch, bei mir auch. Alright, haben einen schönen Tag, dein Liebhaber, Peace.